Zum ersten Mal treffen die Kontrahenten im Rennen um das Weiße Haus persönlich aufeinander. Die Demokratin Kamala Harris und der Republikaner Donald Trump bestreiten ihr wohl einziges TV-Duell in diesem US-Wahlkampf. Es steht viel auf dem Spiel. So manches TV-Duell hat die US-Wahl in der Vergangenheit entschieden. Aussetzer oder Fehler können weitreichende Folgen haben. Der viel kritisierte Auftritt des derzeitigen Präsidenten Joe Biden im Duell mit Trump Ende Juni führte dazu, dass Biden seinen Plan für eine weitere Amtszeit schließlich aufgab. Für die ehemalige Staatsanwältin Harris wird es das erste Duell dieser Art sein. Trump dagegen ist ein Veteran dieses Fernsehformats. Für den 78-Jährigen ist es bereits der dritte US-Wahlkampf und die siebte TV-Debatte. Trump hat im bisherigen Wahlkampf nicht mit geschmacklosen Attacken gegen Harris gespart. Die Demokratin und ihr Wahlkampfteam haben meist trocken und mit einer Prise Humor die Angriffe gekontert. Weil es sich bei den beiden um sehr unterschiedliche Persönlichkeiten handelt, glauben Experten, dass die Debatte für die Wählerschaft sehr erhellend sein wird und vielleicht sogar die Wahl bestimmen wird. Die Regeln werden weitgehend die gleichen sein wie beim TV-Duell Ende Juni. Keiner darf Notizen dabei haben. Das Mikrofon jenes Teilnehmers ist stumm geschaltet, der gerade nicht an der Reihe ist. Für ihre Antworten haben Harris und Trump jeweils zwei Minuten Zeit. Zuschauer wird es keine im Studio geben. Beim Duell Trump Biden sahen mehr als 51 Millionen Menschen zu. Nun dürfte die Zahl noch übertroffen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017